TALES GOALS ONLINE die Lösungswege oder unterschiedliche Spielweisen mal seht. Eher und Glaube seien mit euch, meine Freundin. Wir sind so gut wie bereit für die Abreise. Fürst Waren hat darum gebeten, dass Tarn und Schneelilie sich uns zur Sicherheit anschließen, auch wenn ich nur wenige Orte kenne, die so ruhig sind wie das Tal der Klingen. Ich lasse die Dialoge doch nochmal durchlaufen. Ich könnte es jetzt einfach überspringen. Ihr habt eventuell das andere Video gesehen. Aber das mache ich nicht. Ich lasse ihn ausreden. Erzähl mir von Kasura. Sie war meine erste Mentorin und Lehrerin, eine wahre Meisterin der Klingen. Sie bildet in diesem Tal noch immer junge Schwertkämpfer aus, all jene, die sie ihre Lektionen für würdig erachtet. Was unterrichtet sie? Die Fechtkunst. Aber noch weitaus mehr als das. Ihr Unterricht dreht sich um die Dreieinigkeit von Körper, Klinge und Klarheit. Die alten Schwertsänger sollen alle drei dieser Aspekte gemeistert haben. Für Fragen ist auch später noch Zeit. Seid ihr zur Abreise bereit? Ja, ich bin bereit. Ein Portal wird eure Reise beschleunigen. So, also mein Drachenritter-Kalasse seht ihr ja nicht allzu oft, weil die Serie nun mal Belaya heißt und ich kann es ja. Aber seit dem letzten Mal hat sich ein bisschen was getan. Ich habe zwei Wachen, einen Kampf ausgebildet, sodass ich im Nahkampf auch Flächenschaften machen kann. Das habe ich gebraucht für die Hauptquist 3 Level 30. Ich habe es euch im Video erklärt mit Belaya allerdings. Außerdem habe ich noch ein bisschen in Boom investiert. Und damit bin ich, äh, bin ich in allen Nahkampf, also in allen physischen Wachen, äh, Skilled hier. Zwei Hände ist ausgebildet, Waffe mit Schild. Da ist mehr investiert, äh, weil sie ja hin und wieder als Tank unterwegs ist. Zwei Waffen zum Löffeln. Und da habe ich auch schon Passive Skills freigestaltet. Und vor ein paar Tagen erst habe ich Boom hinzugefügt. Weil ich festgestellt habe, dann ist es doch sehr von Nachteil ist, dass Kalusse bis dahin alleine nachdämpfer war. Und das hat sich in verschiedenen Situationen als Nachteil gelesen. Doch jetzt hierzu. Ich brauche also vier Waffensets, wobei ich froh bin, dass ich momentan einen Bogen bei mir trage, den ich gefunden habe. Und der ist nicht einmal schlecht. Gestern war ich, äh, oder war das schon vorgestern? Ich glaube, das war schon vorgestern. War ich mit der Gilde in der INI unterwegs und das sind Level 43 Sachen, äh, wie ich zum Beispiel in dieser Bogen hier getrocknet. Ich schaue es eigentlich im Ladezustand, das und ich mal nachladen. Aufladen. Komm, was soll aber keins. Ich habe genügend von den Dingen dabei. Und das Großschwert des Arschengriffs. Also es ist ein bisschen ein Nachteil, dass ich Schwer, Schild und so weiter, dass ich da immer hier umeinander vorhören muss. Und mir stehen nur zwei Skillleisten zur Verfügung. Momentan bin ich auf den Bogen eingestellt. Und auf zwei Waffenkampf. So, und jetzt reden wir wieder mit Salsa Hahn. In welche Richtung gehen wir? Die Abtei legt ein kleines Stück den Weg hinauf. Wir haben Glück, dass mein Fürst Waren ein Portal für uns geöffnet hat. Dieser Erdrutsch scheint den einzigen Zugang zum Tal zu versperren. Mutig wurde er wohl ausgelöst. Das weiß ich nicht. Ich habe noch nie davon gehört, dass es in diesen Bergen Erdbeben gibt. Es ist Tradition, dass sich rotwardonische Männer in besonders schweren Zeiten die Köpfe scheren. Ich habe mir meinen Kopf schon vor langem geschoren, als ich die verlorene Tradition der Schwertsänger nicht wieder aufleben lassen konnte. Außerdem ist langes Haar in der Schlacht nur hinderlich. Aber euren Bart habt ihr euch nicht geschoren? Es gibt da ein altes Sprichwort unter Rotwardonen. Ein Mann ist nur so groß wie der Bart, der ihn trägt. Ein voller, gesunder Bart bringt ein großes Maß an Ehre und Weisheit mit sich. Und natürlich Krümel. Krümel? Ja, klar. Könnte man den nicht auch in der Schlacht packen? Ein paar haben das schon versucht, aber ein Narr und seine Finger gehen schnell getrennter Wege. In welche Richtung gehen wir? Die Abtei legt ein kleines Stück den Weg hinauf. Wir haben Glück, dass mein Fürst Waren ein Portal für uns geöffnet hat. Dieser Erdrutsch scheint den einzigen Zugang zum Tal zu versperren. Mutig wurde er wohl ausgelöst. Das weiß ich nicht. Ich habe noch nie davon gehört, dass es in diesen Bergen Erdbeben gibt. Seltsam. Los geht's. Es ist seltsam, zu diesen Bergen zurückzukehren. Erinnerungen an die Jugend überschwemmen mich. Jeder bringt ihre eigene Sorge oder ihre eigene Freude mit sich. Oh, Freude. Wir sind noch nicht einmal fünf Minuten hier. Unser Hahn wird schon rührselig und weinerlich. Mund halten, Tarn. Macht euch nichts aus ihm, Sai. Soll er doch die Augen verdrehen. Vielleicht findet er im Innern ein Gehirn. Der Sucher sagte oft, dass der schwache Mann mit Unhöflichkeit Stärke nachahmt. Sie ist sehr weise. Da könnte es aber was dran sein. So, ich wollte euch noch mal kurz meine Ausrüstung zeigen. Die ist für den Level sicher vom Feinsten. Mit selbstgemachten Runen drauf. Level 44 alles grün. Die Wappen blau. Da habe ich nicht gespart. Die Rüstungen auch alle blau zu machen, das wäre wirklich unnötiger Aufwand. Das ist auf dem Level sicher noch unsinnig. Aber grün ist überhaupt kein Problem. Blau wäre auch schwierig und teuer. Aber grün ist überhaupt kein Problem. Da habe ich meine Quellen. Was ist hier los? Die Abtei brennt. Schnell. Wir müssen Kasura finden. So viel Zerstörung. Wer könnte das getan haben? Ich fürchte, ich habe das schon zuvor gesehen. Richtet die Augen himmelwärts, Titanenkind. Das alles ist nicht gut. Kasura! Mit Bogen habe ich allerdings wenig Übung in dem Spiel hier. In einem anderen Spiel dafür umso mehr, aber... Also, Titanen und so weiter, das ging ich schon hin. Kasura! Seid ihr verletzt? Was ist geschehen? Kultisten! Sie haben die Abtei angegriffen. So viele meiner Schüler sind gefahren. Die Abtei liegt in Trümmern, Kasura. Wie? Wie konnten sie nur... Eine gigantische Bestie. Wie nichts, was ich je gesehen habe. Die Kultisten, sie öffnen die Risse ins Reich des Vergessens. Schont eure Kräfte, Kasura. Dafür werden sie bezahlen. Das verspreche ich euch. Was denkt ihr? Eine Falle? Nur wenn ihr nichts davon wisst, ist es eine Falle. Ich nehme an, alles ist eine Falle. Deshalb ist es eine Herausforderung. So, das habe ich ja heute schon mal gesehen. Hier wahrscheinlich vor ein paar Tagen. Im Namen Molag Bars. Kommt herbei und vernichtet seine Feinde. Und mal schauen, ob es mir gelingt, auf Distanz zu bleiben. Wenn nicht, schalten wir mal rum und... So, ich spare jetzt Ausdauer. Für den Zeitpunkt, wo diese Kulten kommen, nehme ich jetzt halt... Aber es hat trotzdem geklappt. Oder habe ich es doch nicht vergeigert? Muss ich mir anschauen. Ich glaube, ich war aber zu spät mit dem Skill. Egal. Es hat ja geklappt. Wir wissen, dass uns ein ordentlicher Parochel vorsteht. Nach der dritten Kulti. Hört meine Worte, ihr Dädtischen Schelden! Und gehorcht mir! So. Mit dem Zwei-Waffen-Kampf macht es auch wirklich recht gut Schaden, muss ich sagen. Ja, mit dem Schwerd und Schild ist das eher mäßig und zäh. Aber mit Zwei-Waffen-Kampf... Das hat sich sehen lassen. Okay. So. Und mit dem Skill auf der Taste Zwei, mit dem hier... Weiß ich, wie heißt, Schwerktanz oder so ähnlich... Wirbelnde Klingen... Macht es auch Flächenschaden. Und den Flächenschaden, den verwende ich zum Beispiel für diese... Ähm... Ja... Weiß ich gleich... Wir Heerscharen des Vergessens. Kommt herbei und labt euch! Schauen wir mal, ob ich den austanze. Wenn es geht, bleibe ich hinter dem... Und jetzt müsst ihr ein... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie die Viecher heißen. Das ist Erdterin. Erdterin ist dieser Nager, den wir vorhin schon bekämpft haben. Da kommen sie immer so gut hin. Geht zurück! Und die halten hier... Ah, Salsahahn und Anhahn! Endlich! Für den ist dieser Skill hier... Mein Haustier hat auf euch gewarnt. So. Jetzt schaue ich mal, ob ich da mal auf Abstand bleiben kann. Und dann sollen die anderen tanken. Wie viele eurer Freunde müssen noch sterben, Salsahahn? Wo ist das Amulett der Könige? Das spannend, also wenn ich ohne Ausdauer... Wenn ich einfach nur einfach einen Schuss mache und spanne... Das geht ziemlich langsam. Aber ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn ich mal aus der Schusslinie draußen bleiben kann... Ich muss ja nicht immer den Tank mimen. Und bei der Schuss Frequenz oder so... Jetzt kann ich wieder mal den Giftpfeil loslassen. Boah! Da bin ich einfach zu langsam dazu. Das vergessen, hol euch! Wenn ihr dort hinkommt, erzählt euren Freunden, wer euch zurückgeschickt hat. Der Tag gehört uns, meine Freunde. Aber Kasura und ihr Volk haben eine schwere Aufgabe vor sich, wenn sie die Artei wieder aufbauen wollen. Hat ja ziemlich gut geklappt bei dem Diko. So. Hallo Kasura! Gut gekämpft! Saisahahn reist mit würdigen Gefährten. Seid ihr verletzt? Meine Verletzungen sind nicht schwer. Was sind schon ein paar Narben für eine alte Kriegerin? Narben erinnern uns daran, dass die Vergangenheit sich wirklich zugetragen hat. Meinen Schülern und meinem Heim ist es nicht einmal halb so gut ergangen wie mir. Ich bin froh euch zu sehen, aber ich frage mich auch, warum ihr hier seid. Wir sind wegen des Rings gekommen, ist er sicher? Sie haben den Ring von Stenders Gnade nicht gefunden. Doch da der König der Würmer nun weiß, dass ihr hier seid, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis er einen weiteren Angriff unternimmt. Dann müssen wir den Ring holen und schnell wieder aufbringen. In der Tat. Am oberen Ende der östlichen Treppe liegt der geheime Eingang in die Ahnenkrypter. In ihr befindet sich der Ring. Folgt mir. Der Kryptereingang wird nicht erkennbar sein. Warum braucht deine Krypta einen geheimen Eingang? Es ist ein Wunder, dass es im Himmelsrand noch eine ungeplünderte Krypta gibt. Ihr Nord könntet sicher noch was von den Bauherren Hammerfalls lernen. Vielleicht könnte Hammerfall nebenbei auch ein paar gute Manieren beibringen. Okay. Ich bin eigentlich ganz froh, dass Calrissian nur zwei Handwerke zum Nippeln hat. Da bleiben ihr nämlich für die vier Waffenarten in ihr Skillpunkt üblich. Als zum Beispiel Belaya, die brauchst ihr dann auch. Sonst könnte ich mir das gar nicht leisten, alle vier Waffenarten zu skillen. Aber... Ich denke, es macht durchaus Sinn. Zumindest in den Waffenkünsten, die Ausdauer brauchen als Basis, als Energiequelle, es dürfte völlig unsinnig sein, sie auch noch in Magiestäben auszubilden. Das habe ich auch nicht vor. So, dann hier rein. Bei jedem meiner Besuche hier kann ich die Gegenwart meiner Ahnen spüren. Mir wurde die große Verantwortung aufgebürdet, ihr Opfer zu ehren und ihr Erbe zu bewahren. Eure Ahnen sind hier aufgebaut? Jawohl. Zusammen mit einigen der berühmtesten Schwertsängern, die je gelebt haben. Wir müssen vorsichtig und mit großem Respekt vorgehen. Warum hat Kasura den Ring hier versteckt? Wir dachten beide, er wäre im Tal der Klingen gut geschützt. Die begabtesten jungen Schwertmeister Hammerfalls werden hierher eingeladen, sich von Kasura ausbilden zu lassen. Die Stadt war voller starker Arme und scharfen Stahl, ehe dieser Titan auftauchte. Wie hatte Manni Marco von diesem Tal erfahren? Das weiß ich nicht. Vielleicht hat ihm jemand von meiner Vergangenheit erzählt. Vielleicht hatte er es meiner Erinnerung entrissen, als ich in den Hallen der Qual war. Jedenfalls trage ich die Schuld an der Verwüstung des Tals. Niemand, den ich liebe, kann sich in Sicherheit wiegen, solange Manni Marco noch lebt. Wir werden Manni Marco aufhalten. Dann werde ich eine ordentliche Waffe brauchen. Kasura meinte, der Zweihänder meines Vaters würde neben dem Ring verwahrt. Es scheint nur angemessen, dass ich ihn zu seinen Ehren führen sollte. Und los geht's. Das hier müsste ja Video... Warte mal. Seid vorsichtig. Nur wenige Lebende durften unter den geehrten Toten wandeln. Das müsste Video 104 sein, wenn ich das richtig erzählen kann. Äh, und ich glaube hier gab's das, das, das fetzige Wasser. Also sollte ich durchaus mal die Sachen angucken. Korund nehmen wir mit. Zwiebeln mit, die kann ich anderswo auch suchen. Äh, was wollte ich gerade sagen. Wir wissen, dass uns hier noch keine Gefahr droht. Achja, ich muss Bogen fermenten. Wo es geht, weil ich gerade Bogen ein bisschen hochpeppeln muss. Wir sind in Bogen gerade auf Level 9. Das liegt daran, dass ich erst, ähm, vorgestern angefangen habe, in Bogen zu investieren. Was ich davor, äh, in Bogenpunkte hatte, hatte ich nur aus Büchern gelernt. Und ich hatte ursprünglich vor, äh, Skalös einen reinen Namen selber zu machen. Hauding, Sohn von Frandar du Hunding, Hellanzai no Shira. Der größte der Schwertheiligen. In jedem Haushalt in Hammerfall gibt es eine kleine Nische mit einer Ausgabe der größten Arbeit seines Vaters. Dem Buch der Kreise. Sieht nur weiter. Sieht nur weiter. Ich fürchte, uns steht ja hier ein Kampf gegen die ganzen Helden hier vor. Ihr habt es. Ihr habt es eventuell bei Belaya schon gesehen. In Folge 100. Oder war das 101? 101 muss das gewesen sein. So. Es scheint passend, dass der Ring beim Schwerte meines Vaters, Nasir Itaf-Sahan, verschreibe ich mich der Zerstörung Manimakos und der Befreiung Tamriels von der Tyrannei Molag-Bahls, dem Gott der Intrigen. So, das dürfte jetzt nicht einfach werden. Ich habe eigentlich, äh, einen Heiler haben wir nicht dabei. Ich selber kann mich nur selbst heilen. Ich bin gerade immer überlegen, ob denn Bewaffnung mit Schild und Einhandschwert nicht sinnvoller wäre. Ich denke, ja. Dann muss ich jetzt mal umstellen. Ich kann ja... Gut, wir machen Schockschaden. Skill-Leistet ist auch ein bisschen... ...lästig, aber ist halt so. Da muss man so... ...nehmen, wie es ist. Nein. Waffe, wir sitzen. Waffe, wir müssen uns das possibly machen. Hn... Maffe, wir müssen uns nachfetten. Versuchen wir unser Team. Ich werde es mit. Kassura, sprich. Der Ring gehört euch. Bewacht ihn gut. Ich muss zurück zu meinen Schülern, um die langwierige Aufgabe des Wiederaufbaus in Angriff zu nehmen. Kassura, werdet ihr mit uns? Vielen Dank. Aber ich kann das Tal der Klingen nicht verlassen. Ich muss die Toten begraben und die Verletzten versorgen. Ich muss mit dem Ring zurückkehren, aber vielleicht könnte euch Sizerhan und die anderen helfen. Ich wusste, dass ihr mich schließlich zum Ring führen würdet. Gebt ihr mir. Ich glaube, ich versichs mit. Schickt mir Schluss. Gebt mir den Ring und ich kann eure erbarmlichen Leben vielleicht verschonen. Wir haben euren Titanen niedergeschlagen und wir werden auch euch niederschlagen. Der Titan war ein Vorspiel dessen, was kommen wird, wenn ihr mir weiterhin trotzt. Euch trotzen? Euer Gottheitswahn ist lachhaft, ihr schändlicher Leichenhirte. Nun gut. Ich würde mir einfach den Ring von euren Leichen holen. Blasphemie! Wie könnt ihr die Gehirte-Toten erwecken, damit sie euren Kampf führen? Und dann schauen wir mal. Drei, vier. Und solange der am Boden liegt. Boah, dann rennt der mich einfach um. Okay, den Trick kenn ich ja eigentlich. Und solange du am Boden liegst, ich selber spare ein bisschen Arsdauern. Und nehme ihn für den Schildstoß her. Der funktioniert offenbar ganz fachlos. Wieso bin ich tot? Ich hatte doch noch 172 Leben. Da oben sieht man es doch noch. Oh mein Gott. Gut, dann darf ein neues. Was hilft? Ich könnte mir ein bisschen helfen. Das sollte eigentlich reichen. Maximal das Leben erhöht. Was habe ich denn da gegen gleich wieder? Ein Waffenwechsel. Das war halt so. Ja, gut. Jedes Mal fahle ich nicht genau von einem. Aber gut schon, würde ich sagen. Ja, ja. Hä? Wie ist denn? Der Pferd ist jetzt schon. Fünf, eine, zack, und nochmal nachschlagen. Gut, dass ich diesen Schildschlag habe. Äh, nochmal Heilung. War gerade noch ausgewichen. Ich möchte hier noch einen Schildschlag machen. Ja, lauf du ruhig ins Leere. Hast du schon recht. Dann fliegst du es halt nachher auf den Deckel. Ich glaube, Elektrischaden ist bei denen ganz gut. So eine kleine elektrische Therapie. Wenn du das nächste Mal etwas vor dem mächtigsten Nekromanten in ganz Tamriel versteckt, sollte dir es vielleicht in einem verdammten Geraden verstopfen. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ohne Heilung. Der Dürk ist, dass ich einfach nicht treffen lassen muss. Hupala, so leicht gesagt. Jetzt, äh, habe ich schon wieder Sprüchen gemacht. Wer oder was... Moment. Stopp. Ich hätte keine Sprüche machen sollen. Gerade die Sache geht eigentlich ohne einen Heiler umladen. Ja, ja. Übermut. Tut sehr gut. Das sind wieder zwei, ne? Kann man das irgendwie entzerren, den Kampf? Ja, vielleicht sollte ich es doch mit dem Bogen versuchen? Und zwei, eins, zwei, drei... Ich meine, du musst ja sowieso ein bisschen Bogen leveln, ne? Ja, darum ist, glaube ich, oben gar nicht so verkehrt. Das gestattet mir nämlich, auf sicherer Distanz zu bleiben. Da haben wir noch einen Pausen-Clown. Und ich habe hier noch einen schönen Skill. Der hat sich schon ganz gut bewertet im Zusammenhang mit Bogen auf der Taste 3. Und der schmettert denn nämlich nie das Stein-Faust-Rücken des Dinger aus. Ich sollte vielleicht ab und zu mal an die Heilung denken. Und an die Stein-Faust. Äh, die braucht leider auch Magica. So wieder heilen sauber. Ja, toll, Klammer. Aber zum Glück... Haltet die Stellung! Sie dürfen den Ring nicht bekommen! Kann ich den auch von hier oben abschießen? Wär natürlich toll, ne? Jo, also den einen oder anderen Zauber steck ich doch mit. Jo, mach du nur. Jo, mach du! Der sind jedes Mal drei Runden. Also, ich sollte mal ganz kurz in Deckung gehen. Nein, 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 nein! Also mit Velaya bin ich ja einmal gestorben. Hier ist schon das dritte Mal, ne? also es ist ohne heilung doch ein bisserl zäher das sind zwei das ist vielleicht der grund das habe ich dann habe ich noch was im ärmel schlank der waffenkraft den test jetzt mal im zusammenhang war das wirklich der drang der waffenkraft war das wirklich so hat es so viel aus gemacht wenn ja muss ich mir davon eine tüte herstellen heute noch am besten noch drei moment moment das ist ja schätze vorzüge und zusätzlich 10 sekunden lang insgesamt 160 ausdauer erhöht eurem waffenschaden 10 sekunden lang um 10 moment den habe ich ich habe auf die kugel drückt leute heilung nicht vor lauter waffenkraft die heilung vergessen noch mal heilung gut gut das sind also waffenkraft nur zehn scheint ein haufen zu sein fünf waffen schaden vier waffen schaden könnte ich ja noch erhöhen aber dann habe ich die ausdauerkosten reduziert und das ist mir eigentlich lieber so moment jetzt was was drück ich denn da umeinander kurzen hucks einmal zweimal dreimal dann ausdauer dann mit waffenkraft flinken ja ne da mache ich kein zweites video das lassen wir in einer aufnahme drin ich sollte nicht mal halten gut also an und für sich bin ich mit bogen schießen schon zufrieden muss ich sagen so tut mehr probleme löse lösen als schaffen so also erst drei schuss mit dem giftpfeil auf der taste 1 dann den krank waffenkraft trinken also eins mal drei dann gut damit der damit der effekt nicht verschenkt ist mit äh ausdauer erhöhen um 283 ich könnte zwischendurch auch mal den diesen äh Nierschmetter zaubern genau den der ist in verbindung mit einer nur mittig spitze gut in frieden geehrte tote ich schwöre es bei den seelen meiner vorfahren ich werde meine markus blasphemie rächen so sei sie hart fürs erste ist der ring unser bewacht ihn gut ich werde ihn mit meinem leben behüten ihr müsst in die zuflucht zurückkehren und ihn fürst waren geben in seiner obhut wird er sicher sein bis es zeit wird nach sankretor zu gehen zu reisen nüres abnur und ich werden hier bleiben um kasura dabei zu helfen die verletzten zu versorgen und die toten zurückkehren hat unsere fortschritte im auge behalten er wird ein portal öffnen für eure rückkehr da ist es oben an der treppe geht schnell ich werde ihm erzählen was geschehen ist also für einige war es natürlich im déjà vu weil ich das heute schon mal gefilmt habe ich weiß jetzt nicht was man wieder aufbauen kann ich hab dir vor ein paar tagen schon gesehen seid in den kommenden tagen vorsichtig meine freunde ich freue mich auf eure rückkehr die abtei der klingen wird aus der asche auferstehen diesmal lass ich sie mal ausreden wenn ich gerade vor uns überlebe werde ich zurückkehren um kasura zu helfen eine neue generation klingenmeister auszubilden ein edles ziel sei vielleicht werde ich mich euch anschließen im moment sollten wir uns um die überlebenden kümmern ihr überrascht mich immer wieder sah und gerade an sich dachte ich wüsste wie ihr tickt ja gut kehren wir zur zukunft zurück ja ich meine der eine oder andere wird sagen hast du uns schon gezeigt auf der anderen seite kann ich mir vorstellen dass es zuschauer gibt die gerne mal vergleichen würden zwischen dem spielstil eines heilers und dem spielstil eines physischen dds und das könnt ihr jetzt mit den zwei videos auch mal machen die geschichte die habt ihr natürlich beim ersten mal schon realisiert aber eben nur aus der sicht eines heilers äh waren ah da ist er ja vor meinem geistigen auge habe ich euren kampf gegen den wurmkult und die untoten an sei abscheulichkeiten miterlebt eure mission war erfolgreich ja hier habt ihr den ring von stenders gnade die abtei der klingen wurde verwest ich wurde zeuge des ansturms des titanen und spürte den tod vieler unschuldiger das ist ein großer und schrecklicher verlust sei sahan und die anderen werden etwas zeit brauchen um kasura zu helfen sobald sie zurückkehren nehme ich kontakt zu euch auf dann werden wir unsere reise nach sankretor beginnen ja kopfband neun ausdauer die generation ist ja allen für sich nicht falsch und der fertigkeitspunkt den fertigkeitspunkt investiere ich auf jeden fall in den oben diesmal ja tja pfeilsalm ist noch nicht voll rang 10 bei bogen erreicht sehr schön trennschuss bei 14 was macht denn der schlappt es 6m zurück und verwirrt es 5s lang den müsste ich eigentlich aus der beta erkennen da hatte ich ja einen Bogenschützen gespielt auch oder versucht ja gut aber was ist denn das hier gewählt bis zu 6% zusätzlichen Schaden gegen breiten Femmeziele erhöht die Chance nach kritischer Waffentreffer um 3% drohen wir nochmal bei Schmiedekunst reingucken nichts was mich akut weiterheft und was ich jetzt unbedingt brauche momentan bin ich versorgt das betrifft Verzaubern auch das ist auch nochmal ausreichend also machen wir es wirklich so punken und ich denke Fernschuss bringt uns momentan am breit des 6% zusätzlicher Schaden gegen breiten Femmeziele Schaden es scheint nicht möglich zu sein die reiche Werte zu erhöhen oder aus der wachsten minus 10% Schaden erhöht den Schaden eurer Bogenangriffe gegen Ziele aus dem Gleichgewicht der Satz ergibt grammatisch keinen Sinn erhöht das Lauftempo das wäre mal nützlich weil das nervt mich auch wenn ich einen Bogen also die Sehne gespannt habe kann ich nur ganz langsam laufen aber ab A Level 41 gut wie auch immer Ihr habt jetzt die alternative Lösung gesehen für den Quest Daraus mache ich Folge 104 glaube ich ich könnte sie auch direkt nach Folge 101 einfügen das mache ich aber nicht weil ich denke ihr wollt nicht zweimal kurz hintereinander dieselbe Story sehen dann lassen wir ein paar Folgen dazwischen ich danke euch fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal